Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Mutti ist die beste, was wir jetzt eigentlich immer sagen am Anfang oder nicht, weiß ich nicht. Wir können das schon sagen. Die Leute erstmal willkommen heißen, dann fühlen sie sich willkommen bei uns im Podcast und fühlen sich warm eingeladen zuzuhören. Wir haben heute kinderfrei, das ganze Wochenende. Unsere Kinder sind bei den Großeltern, bei Martins Eltern. Leider ist eins unserer Kinder krank geworden gestern. Wir sind seit Freitag da, heute ist Sonntag. Aber er wollte partout nicht abgeholt werden und bei Oma und Opa bleiben und wollte auch nicht, dass jemand von uns kommt. Deshalb sind wir jetzt hier, aber Martin wird gleich auf jeden Fall hinfahren. Meine Mutter hat das so erzählt, als würde er so sagen, ah nein, ich bin gar nicht krank, mir geht es schon gut. Ich möchte bloß hierbleiben. Ja, weil er liebt seine Großeltern über alles. Und das ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, weil es wurde sich ja gewünscht, nämlich es ging, also gewünscht wurde sich, wie man mit Konflikten mit den Großeltern umgeht, beziehungsweise wenn man verschiedene Wertvorstellungen hat. Wir wollen aber heute einfach über das ganze Thema Großeltern und vielleicht auch so zweite, dritte Bezugsperson und so weiter sprechen, weil das einfach ein cooles Thema ist, dachten wir. Das ist ja auch einfach ein total wichtiges Thema. Und ich möchte noch erzählen, ich habe die Kinder dann zu, also bei uns ist es halt echt so, wenn die zu meinen Eltern kommen, wenn man sagt, ja, am Wochenende geht es zu Oma und Opa. Ja, da waren die richtig party. Ja, die schreien richtig rum. Dann freuen die sich dann ab, so. Und dann bin ich losgefahren, bin da hingekommen und die Kinderaugen, die haben so geleuchtet. Ja, generell ist es, also die Kinder haben wirklich eine sehr gute Bindung zu den Großeltern, sowohl zu Martins Eltern, die bei uns in der Nähe wohnen, als auch zu meinen Eltern, die sehr weit weg wohnen. Ja. Aber dafür halt dann, also wir fahren jetzt zum Beispiel auch gemeinsam mit denen in Urlaub für vier Wochen und die sind dann halt auch immer gleich eine ganze Woche oder länger hier. Von daher konnten sie da auch gut eine Bindung aufbauen. Es ist auch total süß für unsere Kleine, die hat übelst Bock immer mit denen zu FaceTime und wir haben jetzt auch uns angewöhnt, dass wir manchmal einfach morgens, wenn wir kurz ein bisschen Luft brauchen, halt Oma und Opa anrufen und die bespaßen dann die Kinder halt über FaceTime. Das ist auch so niedlich und die Kleine hat jetzt auch so, sie hat sich so eine Lichterfernbedienung irgendwie aus dem Büro geholt, also wo man eigentlich so. Wo man so LEDs dann die Farbe verändern kann, so ein kleines Ding. Und das ist jetzt ihr Handy und sie spielt damit immer Oma, Opa anrufen und dann nimmt sie immer die Puppi mit und das ist so niedlich einfach. Weil das Witzige ist, Marlies hat halt noch so ein Requisiten-Handy, was sie immer für Videos benutzt hat, was halt original aussieht wie ein Handy, aber das lehnt sie ab. Das will sie nicht als Handy haben, nur diese kleine LED-Fernbedienung, das ist ihr Handy. Sie sagt immer, nein, geht dir nicht, Mama, ist sie kaputt. Ist sie kaputt. Ja, mega süß. Das hat sich beim FaceTime halt auch so entwickelt. Immer wenn ich mit meinen Eltern oder wenn wir mit meinen Eltern irgendwie gefacetimt haben, war das dann so, dass ich einfach ein Weg war für die Kinder, weil die wollten dann irgendwie ins Bild und die wollten halt Oma und Opa für sich haben. Da habe ich immer irgendwann das Handy einfach nur abgestellt und dann sind die Kinder halt immer ins Bild und haben irgendwas gezeigt. Und jetzt ist es halt manchmal so beim FaceTime, dass ich dann halt wie gewohnt das Handy irgendwie abstelle und dann gehe ich halt zur Seite und die Kinder erzählen halt mit Oma und Opa. Ja, und auch vorher, als deine Mama angerufen hat, hat sich auch die Kleine sofort reingeredet. Mama, Mama, hallo, hallo. Sie liebt telefonieren. Das ist so süß. Naja, okay. Aber wie haben wir das geschafft, dass die Kinder so eine gute Bindung zu den Großeltern haben? Was denkst du? Ich glaube, wir haben auch einfach sehr viel Glück mit unseren Eltern. Ich glaube auch. Also bei uns ist ja tatsächlich erst mal so, dass die Wertebasis schon übereinstimmt, würde ich sagen. Also wir haben jetzt keine total groben anderen Vorstellungen. Und also ich würde auch nicht sagen, dass die alles 100 Prozent so machen, wie wir das machen würden. Aber das ist auch ein Anspruch, der halt einfach überhaupt nicht sinnvoll ist, weil es geht ja eben auch darum, dass Kinder andere Bezugspersonen haben, die sich halt anders verhalten, die halt ein bisschen anders mit den Kindern umgehen. Das ist an sich ja erst mal gut und wichtig. Und ja, was das angeht, haben wir auch einfach Glück. Und meine Eltern, die sind auch absolut kinderlieb so. Das funktioniert einfach sehr gut. Und ich glaube einfach, was so der Schlüssel ist, ist, dass wir das so gemacht haben, dass wir den Kindern eben die Gelegenheit gegeben haben, dort zu sein. Dass wir die Gelegenheit gegeben haben, eine Bindung aufzubauen und immer geschaut haben, dass sie sich wohlfühlen. Dass sie halt auch schon dann als kleinere Babys dann dort waren. Und ich war dann mit da und habe dann immer gesagt, ja, da musst du mal schauen, da musst du mal schauen. Aber ich habe meine Eltern dann auch immer machen lassen, bis mir was aufgefallen ist, was jetzt vielleicht nicht so gut war. Und dann habe ich denen gesagt, ja, das und das. So immer Feedback gegeben. Und was für mich halt auch so ein bisschen der Schlüssel war, ich habe, glaube ich, früher auch einfach viel zu oft irgendwas gesagt, wo ich, also, was ich anders gemacht hätte. Und habe viel zu schnell interveniert und gesagt, ja, das muss aber so und so. Ich hätte im Nachhinein viel mehr laufen lassen können, aber im Prinzip war das schon so, dass ich immer meine Eltern habe machen lassen und mir das angeguckt habe und dann Feedback gegeben habe. Und ich glaube, so hatten die einfach auch die Gelegenheit zu gucken, wie sie mit den Kindern umgehen und konnten da halt auch so ein bisschen reinwachsen. Also generell vielleicht als Info ist es oft so, also wie Martin schon gesagt hat, Kinder brauchen mehrere oder es ist super für Kinder, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben, die auch verschiedene Rollen im Leben der Kinder einnehmen können. Und bei Großeltern ist halt, es müssen nicht die Großeltern sein generell. Es gibt leider ja auch Großeltern, die sich nicht einbringen wollen oder können, weil sie vielleicht nicht mehr dazu in der Lage sind. Das geht bei allen Bezugspersonen, wenn man Zeit mit denen verbringt, wenn die Kinder Vertrauen aufbauen zu der Person, dann ist es eine Bezugsperson, es muss nicht verwandt sein. Bei Verwandten ist es aber besonders praktisch, in Anführungszeichen, dass die den Eltern ähneln. Also man hat zum Beispiel bei der Kleinen, ich glaube, wir waren bei meinen Eltern, da war die drei Monate alt. Da sind wir für einen Monat zu meinen Eltern gefahren, weil Martin seine Masterarbeit zu Ende schreiben musste und ich einfach dann, wir hatten eine ganz kleine Wohnung. Unser Kind war die ganze Zeit krank, beziehungsweise ich glaube, es war auch Corona oder so. Auf jeden Fall wollte ich einfach, dass wir irgendwo in der Natur sind. Und deshalb sind wir zu meinen Eltern gefahren, damit ich auch nicht komplett alleine bin, die ganze Zeit mit den Kindern. Und die Kleine war drei Wochen alt und die ist seit ihrer Geburt super mama-bezogen gewesen. Also Martin durfte sie zwar schon auch mal in die Trage nehmen und so, aber eigentlich fremde Leute, also auch bei deinen Eltern hat sie sofort angefangen zu schreien. Und es war super faszinierend, weil meine Mama und meine Schwester konnten sie beide problemlos auf den Arm nehmen und problemlos ihr was vorsingen. Sie ist dort eingeschlafen, sofort. Und das war halt total faszinierend, weil sie das wirklich bei allen anderen Menschen nicht gemacht hat, außer bei mir. Und das liegt halt auch daran, dass meine Schwester und meine Mama mir sehr ähnlich sind. Die haben eine ähnliche Stimme, die haben wahrscheinlich einen ähnlichen Körpergeruch. Meine Schwester sieht eigentlich auch aus wie ich, nur mit dunklen Haaren. Und dadurch, also das ist halt, das sind so Merkmale, die dazu führen, dass Kinder halt schneller Vertrauen fassen können, was halt, was halt super positiv ist, wenn man halt möchte, dass die Kinder eine gute Bindung zu den Großeltern aufbauen, hat man da schon so wie so was leichteres. Das ist schon begünstigt einfach. Genau, begünstigt. Und auch wichtig zu wissen, finde ich, ist, dass Großeltern und Eltern immer so ein bisschen sich ausgleichen von Natur aus. Also man konnte halt in sehr vielen Studien beobachten, dass, wenn die Eltern sehr streng sind, die Großeltern eher lockerer sind im Vergleich und andersrum. Also, dass sich das halt so ein bisschen auch die Waage hält. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie es bei dir und wie bei uns und deinen Eltern ist, aber bei mir und meinen Eltern ist es auf jeden Fall so, die Kinder sind bei uns im Vergleich zu meinen Eltern, dürfen die mehr. Bei meinen Eltern sind die ein bisschen strenger. Ich würde aber sagen, im Umkehrschluss bei deinen Eltern dürfen die nochmal ein bisschen mehr als bei uns. Meine sind lockerer. Das heißt, wir haben so drei Parteien, die sich halt so komplett ausgleichen irgendwie. Ja, das ist halt auch total wichtig, dass Kinder von verschiedenen Personen einfach verschiedene Dinge lernen können, verschiedene Sichtweisen bekommen. Das ergänzt sich sehr gut. Ja, finde ich auch spannend, weil das ja auch dazu führt, dass die ganz andere Temperamente haben. Weil mein Papa zum Beispiel, der ist halt so voll der Ruhige und der denkt so gerne nach und also braucht es halt auch, dass es eher so eine ruhigere Atmosphäre ist. Und deshalb ist eben bei uns zu Hause auch manchmal ein bisschen strenger, weil er halt dann so ist, hey, Kinder, hört jetzt mal auf, hier rumzurennen. Das reiche ist, das könnt ihr auch draußen machen. Und dein Vater ist halt komplett das Gegenteil. Er ist halt so mega der Aufgedrehte und jagt die Kinder durch die Wohnung. Und dadurch sind die Kinder bei ihm aber auch anders. So bei meinem Vater ist halt unser, also die Kleine ist halt einfach noch ein bisschen kleiner, deshalb kann man das noch nicht so sagen. Aber unser Sohn ist bei meinem Vater halt vor allem so, dass er ihm zuguckt, wenn er irgendwie in der Werkbank irgendwas zusammenbaut, dann darf er da mithelfen. Oder die bauen zusammen irgendwie Lego-Sachen und sowas oder Puzzeln und so. Und bei deinem Vater ist immer Action und Rumrennen und Rollenspiele und Kämpfen und keine Ahnung was. Das ist total faszinierend. Und was wir auch immer sagen, ist einfach, dass Eltern zu zweit auch mit einem oder zwei Kindern, also gerade dann, also wir mit zwei Kindern wissen, dass ja eigentlich total überlastet sind. Und man sagt ja nicht umsonst, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wir haben ja auch schon oft gesagt, dass das Konstrukt Kernfamilie einfach so überhaupt nicht funktioniert mit den Kindern. Was heißt überhaupt nicht? Es funktioniert halt sehr schlecht. Eltern sind total überlastet. Und der Betreuungsschlüssel müsste eigentlich noch besser sein. Fünf zu eins. Es braucht einfach viel mehr Leute, um... Fünf Erwachsene auf ein Kind ist der ideale... Also fünf Bezugspersonen pro Kind ist der ideale Betreuungsschlüssel. Man braucht einfach viel mehr Leute, dass alle genug Luft haben, dass sie nicht überlastet sind mit einem Kind. Und das ist einfach so absolut, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, die man geben kann. Unterstützung holen, Umfeld schaffen. Und das können natürlich Großeltern sein, das können aber auch andere Menschen sein, die sich einbringen wollen. Da muss man natürlich gucken, wenn man jetzt keine gute Beziehung zu den Eltern hat, dann ist das natürlich schwierig. Dann muss man sich das anders schaffen. Aber irgendwie braucht man Leute, die einen unterstützen. Weil zum Beispiel, wenn das Kind krank ist und man einfach überhaupt nichts mehr machen kann, überhaupt nicht mehr das Haus verlassen kann oder was weiß ich, es gibt einfach, wir brauchen ja zum Beispiel auch die Großeltern, damit wir überhaupt mal irgendwas machen können, damit wir auf eine Hochzeit gehen können, damit wir irgendwie ein anderweitiges Leben können, damit wir mal durchatmen können. Und das ist so wichtig, um nicht total am Rad zu drehen, um nicht dauerhaft überlastet zu sein. Wenn man einmal überlastet ist, dann kommt man da ja auch nicht mehr raus. Oder schwieriger. Ja, man braucht dann einfach irgendwie mal Raum, mal Luft. Und generell bei Beziehungen ist ja so, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt, dann geht man sich ja auch auf die Nerven. So, man braucht halt auch mal ab und zu ein bisschen Abstand, damit man sich wieder richtig wertschätzen kann, damit man sich nicht zu viel ist. Und das ist einfach so wichtig, Unterstützung zu haben. Und deshalb ist es einfach natürlich, außer man hat überhaupt keine gute Beziehung zu den Eltern, dann geht es nicht. Oder Wertevorstellungen oder Erziehungsvorstellungen, die überhaupt nicht zusammenpassen, dann ist es natürlich schwierig. Aber die eigenen Eltern haben einfach sehr gute Voraussetzungen, um eine wichtige Erziehungsrolle oder um eine Bindung zu den Kindern aufzubauen. Weil die haben Erfahrung mit Kindern. Wir Eltern, frische Eltern, haben keine Erfahrung mit Kindern. Die Eltern haben selbst Erfahrung und können einem so viel beibringen, auch wenn man das vielleicht gar nicht meint, weil man jetzt viel mehr gelesen hat über vielleicht bedürfnisorientierte Erziehung und die eigenen Eltern nicht. Die eigenen Eltern wissen aber, wie Kinder sind, wie sich Kinder entwickeln. Die kennen die Phasen. Die haben halt Praxis, das haben wir nicht. Da können wir noch so viel lesen. Wir haben keine Praxis. So, und das sind halt einfach schon mal sehr gute Voraussetzungen, um die Großeltern einzuspannen. Und das ist auch einfach so wichtig. Und es ist, ich würde daran appellieren, auch wenn... Ja, ich finde, aber ich muss das mal ganz kurz da bremsen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das gerade Menschen, die halt diese Möglichkeit nicht haben, total traurig macht. Also Großeltern zu haben, die sich einbringen wollen, ist auf jeden Fall ein Privileg. Und natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt und eure Werte nicht komplett auseinander gehen, dann ist es super, wenn ihr das machen könnt. Ich möchte hier nochmal sagen, dass ihr auch gut genug für eure Kinder seid, wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, wenn ihr alleinerziehend seid, wenn ihr wirklich, wenn ihr eine Bezugsperson auf fünf Kinder seid, dann ist es so. Also ihr seid trotzdem gut genug. Es geht eher so darum, Menschen zu ermutigen, dass sie damit nichts falsch machen. Weil es ist ja schon sehr lange so gewesen, dass das Narrativ war, ein Kind braucht seine Mutter, Stichwort Mutterinstinkt. Und wenn Mütter ihre Kinder mal abgeben, dann sind es schlechte Menschen und schlechte Eltern und schlechte Mütter. Das ist definitiv nicht so. Ihr seid deshalb nicht besser oder schlechter, wenn eure Kinder in Betreuung gehen auch, also auch in Kitas zum Beispiel. Und es schadet eurem Kind nicht, viele Bezugspersonen zu haben. Es schadet eurem Kind auch nicht, wenn die Bezugsperson Nummer eins der Vater ist. Aber, also beziehungsweise es ist sogar gut für euer Kind, weil viele verschiedene Bezugspersonen eben auch sehr bereichernd sein können. Aber wenn ihr keine Möglichkeit habt, viele Bezugspersonen zu haben oder wenn ihr kein familiäres und soziales Umfeld habt, was euch diese Möglichkeit bietet, dann ist es so. Dann wird euer Kind darunter auch nicht, also euer Kind wird nicht später zu euch kommen. Oder ich meine, das kann man nie sagen, aber ihr habt euer Bestes gegeben. Also ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, das wollte ich damit sagen. Ja, voll. Und mir ist es aber ganz wichtig, also ich glaube, der Trend ist so ein bisschen, gerade auch bei Leuten, die sich jetzt viel informieren über Erziehung, bedürfnisorientierte Erziehung und vielleicht nicht so ganz so bedürfnisorientiert aufgewachsen sind, dass man sagt, okay, das und das passt mir nicht und ich möchte die Großeltern dadurch nicht einbeziehen. Ich schaffe das selber oder auch bei anderen Bezugspersonen. Ich finde es halt wichtig, dass man nicht sagt wegen Differenzen, die jetzt nicht unüberwindbar sind, okay, ciao, ich brauche euch nicht, weil es ist einfach keine gute Idee, wegen kleineren Differenzen, sage ich mal, außer wenn jetzt die Wertevorstellungen so weit auseinandergehen, dass es nicht überwindbar ist, da halt andere Bezugspersonen von sich wegzustoßen und nicht mit einbeziehen. Also kleinere Differenzen in der Erziehung, aber dafür noch zusätzliche Bezugspersonen sind, glaube ich, besser, als das komplett selber zu machen auf die eigene Art und Weise. Das ist ja generell so, also Differenzen in der Erziehung sollte es auch geben, das ist wichtig. Euer Kind wird nicht immer nur auf eine Kopie von euch treffen. Das fängt ja schon beim eigenen Partner an, dass man da die Zähne zusammenbeißen muss und sagen muss, ja, mach das, wie du denkst, du wirst es schon hinkriegen. Das fällt mir auch oft sehr schwer, da nicht immer direkt einzugreifen irgendwie oder mit, also mittlerweile geht es, aber früher war es noch schlimmer. Einfach, weil es ist eben eine andere Bezugsperson. Ihr müsst auch wissen, euer Kind braucht nur eine enge Bindung, eine sichere Bindung, nicht enge, sondern eine sichere Bindung in seinem Leben, um generell sich, also um sich quasi positiv entwickeln zu können. Das heißt, selbst wenn eure Großeltern, wenn es nur eine unsicher, ambivalente Bindung zu euren Großeltern haben sollte, dann wäre das jetzt nicht weiter dramatisch. Es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie die Kommunikation zwischen den Großeltern läuft und wie sehr die Großeltern ihren eigenen Erziehungsauftrag sehen, weil ich glaube halt zum Beispiel, deine Eltern sehen eigentlich keinen Erziehungsauftrag. die machen, die wollen halt eine schöne Zeit haben mit den Kindern und wollen halt irgendwie auch natürlich ihre eigenen Grenzen setzen und aber das, also hauptsächlich wollen die einfach Spaß haben. Meine Eltern, glaube ich, sehen halt schon ein bisschen auch einen Erziehungsauftrag und da gab es halt schon auch manchmal mit meiner Mama so ein bisschen Situation, wo sie dann halt auch gesagt hat, das finde ich nicht gut, was ihr gerade macht oder halt ich auch gesagt habe, ich finde es gerade nicht gut, was du gerade machst. Aber das Ding ist halt, meine Mama und ich, wir haben das immer auf so einer Ebene gemacht, auf der wir dann am Ende wieder zusammengekommen sind, auch wenn es kurz eine Differenz gab und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, weil wenn, wenn das halt nicht möglich ist, dass man am Ende zusammenfindet, dann ist es natürlich auch super schwierig, die Kinder dann in den Obhut von den Großeltern zu lassen. Aber man sollte dann als Eltern immer bemüht sein, irgendwie die Brücke zu schlagen und in Kommunikation zu bleiben und irgendwie versuchen, da das so hinzubekommen, dass es funktioniert. Und jetzt mal als Beispiel, was so ganz typisch ist, wenn jetzt irgendwie die Großeltern drohen mit, ja, wenn du das und das machst, dann kommt der Weihnachtsmann nicht oder irgendwie so ein Quatsch. Und wir wissen, okay, das ist Bullshit, das ist halt keine Konsequenz, das hat gar keinen Zusammenhang, es ist eine Drohung, so solche Sachen passieren halt auch bei Großeltern, das war ja gang und gäbe. Wenn das passiert, euer Kind wird sich nicht schlecht entwickeln oder emotional total fertig gemacht werden, dadurch, dass die Großeltern irgendwie solche Drohungen aussprechen. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel was, wo ich sage, okay, ist halt, ich würde es anders machen. Man kann ihnen auch sagen, ja, du, das ist nicht sinnvoll, da kann man ja drüber sprechen, aber das wäre jetzt zum Beispiel kein Grund zu sagen, ja, das Kind ist jetzt nicht gut aufgehoben bei den Großeltern. Ja, das ist halt auch was, wo ihr dann im Nachhinein mit eurem Kind drüber sprechen könnt. Ja. Also wenn euer Kind das erzählt, dann sagt er einfach, nee, das ist doch Quatsch, der Weihnachtstand, der kommt einfach so, der möchte dir Geschenke bringen. Das haben wir, das haben wir auch immer so gemacht. So haben wir das halt gemacht und wenn ich halt mit dabei war, dann habe ich halt auch einfach oft dann so gesagt, hey, das ist gerade aber Quatsch, was du da sagst, oder Opa? Ja, ja, genau. Also einfach, ja, keine Ahnung, irgendwie, aber im Endeffekt ist es, wie du sagst, es ist jetzt halt auch so ein kleineres Ding, was jetzt normalerweise nicht den krassesten Einfluss drauf hat, aber es ist halt bei uns auch so, dass die Kinder halt so einmal alle ein bis zwei Monate, wenn überhaupt, bei deinen Eltern sind. Und bei meinen Eltern halt eher so ein bis zwei Mal im Jahr und bei meinen Eltern ja meistens auch nicht alleine. Und es macht halt schon einen Unterschied, wenn die Großeltern die Kinder jetzt, sagen wir mal, zwei bis drei Mal die Woche regelmäßig sehen und für ein paar Stunden haben, dann würde ich solche Sachen tatsächlich auch anders bewerten. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, was halt einfach total wichtig ist im Umgang mit allen Bezugspersonen, die sich einbringen, ist einfach im Austausch zu bleiben. Weil, also jetzt mal beim Beispiel Großeltern ist natürlich, wie gesagt, die haben Erfahrungen, die können sagen, das und das ist, glaube ich, nicht so gut, weil das und das, denke ich, nicht, dann können wir sagen, naja, hier, wir haben uns mit bedürfnisorientierter Erziehung auseinandergesetzt, das und das sind aber die Folgen, das ist nicht so sinnvoll. Und es ist, glaube ich, einfach total wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass auch Großeltern, glaube ich, viel in einer Situation sind, in der sie selbst unsicher sind, weil die halt immer so gucken müssen, okay, mache ich das jetzt so, dass das für die Eltern okay ist? Wann muss ich nachfragen? Also, man hat richtig gemerkt, dass das bei meinen Eltern, aber auch bei deinen Eltern, dass die auch unsicher damit waren, dass es für die auch eine neue Situation ist. Und dann ist es total wichtig, gut zu kommunizieren, irgendwie Sachen anzusprechen, aber auch auf eine wertschätzende Art und Weise einfach und denen auch Sicherheit zu geben, zu sagen, das ist okay, das ist nicht okay, so und so erwarte ich das. Und auch gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dann nicht bei jeder Kleinigkeit also auch mal anzugucken, laufen zu lassen, okay, ich hätte es anders gemacht, aber wie reagiert mein Kind jetzt darauf? Reagiert mein Kind darauf überhaupt negativ? Oder ist es jetzt gerade vielleicht gar nicht so, die schlechte Situation, sich das anzugucken, Feedback zu geben, im Austausch zu bleiben? Und dadurch den Großeltern halt auch gewisse Sicherheit zu geben? Und generell könnt ihr ja auch, wenn dann euer Baby da ist oder wenn ihr schwanger seid gerade, auch mal eure Eltern oder eure Schwiegereltern fragen, was sie sich eigentlich von der Rolle als Großeltern erwarten. Weil es ist ja klar, dass mit so einer Geburt von einem Enkelkind auch Erwartungen einherkommen. Ich meine, ihr habt Erwartungen an eure Mutterrolle und die werden halt auch Erwartungen oder eure Elternrolle an ihre Großelternrolle haben. Und dass man da einfach dann von Anfang an drüber spricht, weil wenn, also ich glaube halt ein Problem kann schon auch sein, dass die Eltern, also dass halt, weil zum Beispiel meine Eltern habe ich das Gefühl, die respektieren mich halt als erwachsene Person. Meine Mutter und ich sind Freundinnen. Also meine Mutter ruft mich an, wenn sie ein Problem hat, ich rufe sie an, wenn ich ein Problem habe. Meine Mutter hat jetzt zum Beispiel ihren Job gekündigt, weil ich ihr das geraten habe und hat jetzt einen neuen Job, mit dem sie viel glücklicher ist. Und sie hat halt auch gesagt so, ja Marlies, wenn du und Maggie mich nicht immer bestärkt hätten, dann hätte ich das nicht gemacht. Also es ist halt auf so einer freundschaftlichen Ebene und deshalb ist aber da auch keine wirkliche Hierarchie mehr. Natürlich ist da eine gewisse Hierarchie, weil sie ist für mich immer noch einfach meine Mama. Sie ist weiser als ich. Sie hat viel mehr Lebenserfahrung. Und ich weiß, dass ich auf ihren Rat eigentlich immer zählen kann, aber sie belehrt mich nicht mehr. Sie weiß, dass ich auch erwachsen bin und sie weiß, dass ich auch manche Fehler einfach selbst machen muss. Und also so, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt übelst der gute Punkt, weil wenn das nicht gegeben ist, wenn man in so einem Verhältnis ist, dass die eigenen Eltern einen nicht ernst nehmen, was ja früher wurden Kinder nicht ernst genommen. Und viele sind halt so aufgewachsen, dass die halt nicht ernst genommen wurden. Und wenn das halt dann im Erwachsenenalter noch so ist mit dem Kind, dass die Eltern einen immer noch nicht ernst nehmen, dann fehlt da halt auch die Basis, zusammenzukommen. Und dann, also ich kenne da selbst auch ein bisschen, dass es dann so viele Trigger gibt, dass wenn man sich dann auch als Kind von den Eltern, das jetzt ein eigenes Kind hat, sagt, das und das in der Erziehung geht nicht so und die Eltern das nicht komplett ernst nehmen und da so ein bisschen so, ja, ja, ich weiß es schon besser, dann ist das halt auch ein Trigger, weil das natürlich als Kind schon schlechte Gefühle ausgelöst hat. Und das auch nicht okay ist. Es ist auch nicht okay, aber wenn man dann halt auch dauernd so getriggert wird und dann so wütend ist, dann ist das eine ganz schwierige Situation. Dann ist man da wirklich, glaube ich, schnell bereit, das über den Haufen zu schmeißen. Also, das sollte man sich gut überlegen, wie gesagt, aber natürlich, wenn so diese Hierarchie zu groß ist und sich die Eltern nichts sagen lassen von einem, wie sie mit den Enkelkindern umgehen sollen, dann ist das halt auch einfach keine gute Basis. Man muss aber auch dazu sagen, dieses, ja, ja, du weißt ja gar nichts, ist kein guter Ansatz. Gleichzeitig bin ich der Meinung. In beide Richtungen ist es aber kein guter Ansatz. Genau. Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass die Großeltern in der Regel aber meistens dann doch eher noch Recht haben. Also, ich weiß, ich kann es jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent sagen. Ich glaube, das kommt sehr drauf an. Wir haben nämlich keine Großeltern, die sagen, ja, aber du solltest dein Kind jetzt mal verprügeln, weil sonst wird aus dem nichts mehr. Aber häufig, wenn ich mit irgendwelchen Sorgen angekommen bin und meine Mama hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist nichts Schlimmes, das verwechst sich wieder sonst irgendwas, hat sie recht gehabt, auch wenn ich mich dann manchmal nicht ernst genommen gefühlt habe oder so. Und eigentlich muss ich auch sagen, 100 Prozent der Ratschläge, die sie uns gegeben hat, auch wenn wir es manchmal nicht hören wollten, waren richtig. Ja, die Praxiserfahrung ist eben, du kannst halt einfach theoretisches Wissen und Praxiserfahrung nicht also beides ist halt wichtig, aber ey, wir haben keine Praxiserfahrung. Es ist einfach, man sollte halt viel mehr drauf hören, was die eigenen Eltern sagen zur Erziehung. Natürlich gibt es Dinge, wo wir wissen, das ist nicht gut, wenn die Eltern sagen, ja, du solltest ein bisschen mehr drohen, okay, würde ich jetzt nicht drauf hören. Aber da könnte er dann auch gut argumentieren mit, nee, ich möchte mein Kind auf Augenhöhe behandeln. Natürlich weiß ich mehr als mein Kind, aber ich möchte, dass mein Kind sich zu Hause sicher fühlt. Hast du eine Idee, wie ich das, das ist das Nächste, die Großeltern, ich glaube, und deshalb mache ich das mit dem Rollenabstecken, die Großeltern, die wollen doch auch. Also wenn die sich einbringen wollen und wenn die solche Ratschläge geben, dann hat das was damit zu tun, dass sie sich selbst in ihrer Rolle als Großeltern wertgeschätzt und wichtig fühlen wollen und sie wollen eben eine Rolle nicht nur in dem Leben eurer Enkelkinder spielen, sondern auch in eurem Leben. Sie wollen euch wieder beratend zur Seite stehen und deshalb ist es halt richtig gut, wenn ihr solche Differenzen habt und sagt, nein, diesen Ratschlag kann ich von dir nicht annehmen, aber hast du für mich einen Ratschlag in der Richtung? So kommt man halt auch wieder zusammen, dass die Großeltern halt so sind, ah, okay, du findest diese eine Idee nicht gut, aber du denkst trotzdem nicht, dass du alles besser weißt als ich, weil das wisst ihr nicht so. Ihr dürft nicht denken, dass ihr es besser wisst als eure Eltern. Zumindest nicht alles, manche Sachen. Ja, also ich glaube, wir gehen jetzt immer von der Prämisse aus, dass eure Eltern nicht gewaltvoll waren oder nicht stark gewaltvoll, sondern dass ihr halt eigentlich eine relativ gute Kindheit hattet. Ich weiß, heutzutage ist es so, dass man seinen Eltern bei allem, bei jedem Problem, was man hat, die Schuld gibt und dieses Trauma und jenes Trauma. Aber wenn ihr darüber hinwegkommt, vielleicht in Therapie geht und auch versucht, die Seite von euren Eltern zu verstehen, indem ihr euch in eure Eltern hineinversetzt, dann werdet ihr zu dem Schluss kommen, in den allermeisten Fällen, dass eure Eltern einfach nur selber versucht haben, das Beste zu geben und vor allem halt auch oft Dinge nicht besser wussten und sie deshalb so getan haben. Die meisten Eltern machen das alles im besten Gewissen und das sollte man auch von den Großeltern ausgehen. Das heißt, wenn ihr einen Ratschlag von euren Großeltern nicht annehmt oder von euren Eltern, dann ist es ja auch eine Zurückweisung einfach. Eine Zurückweisung tut im ersten Moment immer weh. Und das ist halt auch, glaube ich, der Grund, warum sich die Fronten oft dann einfach so verhärten. Ja, und da, wie gesagt, da ist die Kommunikation einfach so wichtig, dass wenn die Großeltern sagen, das und das würde ich anders machen, dass man nicht sagt, nee, so ein Bullshit, du hast gar keine Ahnung, tschau, so Ablehnung, Kommunikation unterbrochen, Fronten verhärten sich, dass man da irgendwie einfach im Gespräch bleibt. Aha, okay, aber ich sehe das so und so, weil das und das. So wie man mit Freunden auch beraten würde. Ja, und das ist halt so, so krass ablehnen, das ist einfach da keine gute Idee. Das ist einfach so, wenn die Kommunikation so ist, dann funktioniert halt auch dieses Zusammenspiel mit den Großeltern nicht oder halt mit anderen Bindungspersonen natürlich auch. Wir hatten zum Beispiel mit Martins Eltern den Konflikt, dass die halt super viele Sachen immer geschenkt haben, ohne uns vorher auch zu fragen, ob das okay ist oder ob wir das schon haben. Ob das okay ist, das muss immer in so einem Rahmen stattfinden. Bei vielen Dingen ist es eigentlich irgendwie logischerweise okay, aber es war zum Beispiel so, dass unser dreijähriges Kind halt Schwerter geschenkt bekommen hat, also so richtige Holzschwerter. Und das war am Anfang auch noch okay, weil das war so ein kleines, nicht gefährliches Schwert. Aber dann gab es halt ein Schwert, was halt fast genauso groß war wie er und damit konnte er halt wirklich andere verletzen. Und das war dann halt nicht mehr okay und das haben wir dann einfach gesagt so, hey, das war wirklich blöd, das war ein blödes Geschenk, das hätten wir gerne vorher gewusst, weil das ist halt gefährlich. Er ist dann noch ein bisschen zu klein, wir können nicht damit umgehen. Und die haben halt einfach gesagt, okay. Ja, das war eh, also da habe ich meinen, da war ich halt, waren wir halt auch zwischendurch ein bisschen wütend so, hey, das kann nicht sein. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Vater telefoniert, der meinte so, ja stimmt, das war schon ein bisschen blöd mit dem Schwert, hat gelacht und meinte so, naja, aber eigentlich wollte er eine Armbrust haben, die war mir jetzt zu gefährlich, da habe ich lieber das weniger gefährliche Geschenk genommen. Die konnte ich ihm wenigstens ausreden. Ja, also im Endeffekt ist das Schwert jetzt einfach bei uns im Keller und macht gerade Pause und wenn er sechs Jahre alt ist, kriegt er es wieder. Ja, aber die Kommunikation, die lief da halt in dem Fall auch relativ gut ab. Ich glaube, was wir halt am meisten anders machen würden jetzt, weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt noch mal ein Kind bekommen würde, wir ein Kind bekommen würden, wenn wir noch mal ein Kind bekommen würden. Oder du als Einzeller. Dann würden wir uns, glaube ich, auch noch mal mehr darum bemühen, dass wir möglichst viele Leute auch schon frühzeitig irgendwie einspannen, Verantwortung geben, mehr Bindungspersonen haben. Ich würde am liebsten, würde ich in einer Doppelhaushälfte mit deinen und meinen Eltern zusammenleben. Ich vermisse einfach, ich vermisse das jeden Tag, auch gestern, als wir mit deiner Mama telefoniert haben, weil unser Sohn ja krank ist. Das war so beruhigend, einfach mit ihr zu sprechen und so, ja, ich mache mir Sorgen, ja, nee, das passt schon. Und ich weiß einfach nur, ja, es passt wirklich, weil sie hat einfach zwei Kinder großgezogen. Sie weiß, wie eine richtig schlimme Krankheit aussieht. Sie weiß, wie eine okaye Krankheit aussieht. Ich weiß nicht, also mir gibt es super viel Sicherheit einfach. Ich bin auch gestern, als ich dann die Kinder, wo war das gestern? Vorgestern. Als ich die Kinder zu meinen Eltern gebracht habe, bin ich da auch angekommen, habe so richtig so, bin richtig runtergekommen, weil es war jetzt halt auch wieder ziemlich stressig für uns die letzten Wochen. Und ich war halt schon voll am Limit und kam da an. Und es war halt auch, mein Vater hat sich dann um die Kinder gekümmert. Ich habe gesehen, die Kinderaugen leuchten, die fühlen sich wohl. Und für mich war das einfach, ich war in dem Moment einfach so erleichtert. Ich habe mich richtig befreit gefühlt. Und ich glaube, das ist auch einfach eine sehr gute Idee, auch frühzeitig, auch das Baby dann irgendwie abzugeben, hier und da sich das anzugucken. Man muss da halt selbst reinwachsen. Das ist ja auch so ein Ding. Und wir müssen halt auch lernen, Dinge laufen zu lassen. Wir müssen auch lernen, abzugeben. Unseren Eltern auch zu vertrauen. Vertrauen und abzugeben. Das ist halt schwierig. Aber das muss man lernen. Also ihr könnt jetzt nicht euer Baby, was die Großeltern noch nie gesehen hat, einfach bei denen lassen und gehen. Nee, das nicht. Das finde ich aber auch alles immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wird gesagt, hey, du musst lernen, Grenzen zu kommunizieren. Und wenn du keinen Besuch im Wochenbett willst, dann lass es und keine Ahnung was. Und gleichzeitig, das ist so, ich habe immer das Gefühl, es ist aber auch so ein bisschen so eine sehr deutsche Ansicht, weil so, also ich als Portugiesin oder Halb-Portugiesin, so Familie bedeutet mir alles und Familie ist wuselig und laut und wir sind aber alle so, wie wir sind und das ist okay so und wir sind alle füreinander da. Und irgendwie ist es doch eigentlich, also es kommt halt darauf an, was deine Familie von dir erwartet. Aber eigentlich, wenn es Wochenbett, wenn niemand zu Besuch kommt und dann erwartet, dass du Kaffee und Kuchen auf den Tisch setzt, was ja schon wieder eine sehr deutsche Gastgeberschaft wäre, so ja, okay, ist nervig. Aber wenn deine Mama... Woanders würden die Leute einfach ankommen, sich Kaffee machen, selber. Wenn deine Mama oder deine Schwiegermama zu Besuch kommen oder bei dir leben sogar in der Zeit, in der das Wochenbett da ist, das war halt bei uns so, meine Mama hat sich vier Wochen freigenommen beziehungsweise hat Homeoffice gemacht, damit sie bei uns sein kann. Sie hat geputzt, sie hat uns Essen gekocht, sie war einkaufen, sie hat das Kind von der Kita abgeholt. So, das ist halt mega geil. Und eigentlich ist es dem Baby in erster Linie, natürlich kennt es die Mutter und kennt es die Geräusche und bla, 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 aber wenn du so ein Baby in der Trage kuschelst, ist es dem eigentlich egal, bei wem es ist. Hauptsache, es ist nicht alleine. Und die meisten Babys beruhigen sich dann auch einfach bei irgendeiner Bezugsperson, die Haut auf Haut Kontakt gibt. Und sonst würde ein Baby ein Papa ja auch ablehnen. Das heißt, wenn ihr von Anfang an halt auch einfach, das haben wir bei unserer Mitbewohnerin, als wir unser erstes Kind bekommen haben, hatten wir noch eine Mitbewohnerin und die hat unser erstes Kind super oft in der Trage gehabt. Und die sehen sich total selten, das ist die Patentante auch. Und jedes Mal, wenn die sich sehen, ist aber dieses Kind, das ist so oft sie fixiert, weil das hat von Anfang an so eine ganz besondere Bindung einfach gehabt. Und das ist halt auch was, was man einfach, ja, vielleicht machen kann, was auch so ein bisschen, also es ist kulturell bei uns, ja, es wird immer gesagt, nein, wir wollen in der Kernfamilie bleiben. Ich halte davon nicht viel. Ich glaube, es ist viel Kultur und es ist viel auch dieses alte Mutterinstinkt, Rollenbild. Die Mutter gehört zu ihren Kindern und die ist die Einzige, die für ihre Kinder sorgen kann. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Das Gehirn von Müttern verändert sich nach der Geburt. Ja, das stimmt, sogar schon mit der Schwangerschaft. Aber das Gehirn von Menschen, die sich um Kinder sorgen, verändert sich generell. Also auch von Vätern und auch von Adoptiveltern und sogar auch von Tanten und Onkeln, wenn die sich mitverantwortlich fühlen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr, ja, ihr müsst euer Kind auch nicht, ihr müsst auch nicht, das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt, ihr müsst auch nicht eifersüchtig sein. Euer Kind kann zu euch eine super enge Bindung haben und auch zu den Großeltern. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Ding, dass manche Leute vielleicht denken, dass die Beziehung zu einem selbst irgendwie schlechter wird, wenn es andere Beziehungen gibt. Aber Beziehungen leben immer nebeneinander her. Also man kann halt gute Beziehungen zu mehreren Menschen haben. Ich kann gute Beziehungen zu anderen Menschen haben als zu Marlies und das hat, das führt nicht dazu, dass ich Marlies weniger mag oder so. Das wäre ja sonst auch, dann müsste, also wenn man davon ausgeht, dass ein Kind nur zu den Eltern eine enge Bindung haben kann, aber nicht zu den Großeltern und so weiter, dann dürftet ihr auch nicht mehr als ein Kind bekommen. Weil dann würde es ja auch heißen, dass ihr nur ein Kind lieben könnt zum Beispiel. Stimmt, ja. Das ist richtig. Und ich glaube, generell ist es einfach wichtig, also im Babyalter schon dran gewöhnen, ist eine Top-Idee. Finde ich auch richtig gut. Das sollte man mehr machen. Auch mal das Baby abgeben. Leuten, anderen Leuten Verantwortung geben. Sagen, wie sie damit umgehen sollen. Weil bei so einem Baby gibt es natürlich auch viele Unsicherheiten bei anderen Menschen. Schon wie hält man ein Baby? Wir wissen das als Eltern, wenn wir ein neugeborenes Baby gehabt haben. Ja, aber die Großeltern wissen das auch. Ich finde generell, also ich muss sagen, wenn man nach Hause kommt aus einem Krankenhaus, du bist da mit diesem Neugeborenen und du warst noch nie Eltern. Das ist unverantwortlich. Das habe ich schon so oft gesagt. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung, dass man das macht. Niemand würde einfach ohne eine Ausbildung, sogar wenn man Kassierer ist, bekommt man ein Learning. und bekommt die ersten Stunden, die man abkassiert, begleitet oder die ersten Minuten. Ich weiß nicht, wie kompliziert es ist zu kassieren, aber man macht das nicht alleine am Anfang. Und so ein Baby kriegst du aus dem Krankenhaus mit. Hä? Das wird so getan, als ob es... Das ist nicht einfach. Es ist alles daran schwierig. Man sollte nicht alleine sein mit den Kindern. Eigentlich sollten Geburtsvorbereitungskurse auch die Zeit nach der Geburt viel umfassender noch vermitteln. Also bei unserem ersten Geburtsvorbereitungskurs, den zweiten habe ich ja dann nicht mitgemacht, aber beim ersten Geburtsvorbereitungskurs ging alles um Schwangerschaft, Geburt und danach. Also das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, was man mit einem Baby macht, Zinksalbe schön dick auftragen, wenn es bunt ist. Das ist das Einzige, was bei mir da hängen geblieben ist bei dem Kurs. Und es gab einfach so mal 20 Minuten, da wurde gesagt, ja, wenn das Baby da ist, dann das und das. Passt schon. Ich meine, es kommen ja auch dann Hebammen im Wochenbett vorbei, aber die kommen mal vorbei für 10 Minuten. Aber ja, den Popo ein bisschen mehr eincremen und dann tschau so. Die wiegen, die sind auch für das Baby da und nicht für die Mutter oder für die Familie. Ja, das macht den Kurs jetzt auch nicht so richtig fett und halt schon mehr Leute irgendwie da haben im Wochenbett, die sich auch verantwortlich fühlen, die sich kümmern. Das gibt einem so viel Luft. Und wenn dann die Kinder älter sind und die jetzt nicht als Baby dran gewöhnt waren und jetzt zu den Großeltern sollen, bei uns war es ja jetzt nicht so, dass meine Eltern die Babys jetzt in der Trage hatten. Nee, aber das ist auch so ein Ding. Bei deinen Eltern nicht, aber bei deinen Eltern waren wir echt oft am Wochenende mit den Kindern. Und bei meinen Eltern waren wir halt vor allem, als die noch klein waren. Weil beim ersten Kind war zwei Wochen nach der Geburt Corona, wir sind sofort zu meinen Eltern gefahren. Und beim zweiten Kind war eben Mama die ersten vier Wochen da. Und dann, als die Kleine drei Monate alt war, sind wir auch zu meinen Eltern gefahren für vier Wochen. Und wir hatten dann die Situation, dass wir irgendwann beide Kinder alleine zu den Großeltern bringen wollten. Der Große, der war schon gewohnt. Die Kleine, die war, glaube ich, anderthalb oder so. Nö, die war noch klein. Die konnte aber, glaube ich, schon gerade laufen. Die konnte schon laufen. Ja, aber die war noch viel klein. Also der Große war das erste Mal alleine mit 23 Monaten bei den Großeltern für eine Nacht. Das war, da war ich schwanger und ich hatte eine richtig schlimme Bronchitis. Und bei uns wurde eine Wand gezogen in der Wohnung. Und weil die Wohnung sehr klein war, hatten wir dadurch nur noch einen Raum, den man benutzen konnte, nämlich unser Schlafzimmer. Und wir wussten, okay, in der Zeit können wir nicht mit dem Kind da sein. Deshalb ist Martin eine Woche mit unserem Kind zu seinen Eltern gefahren. Und dann bin ich aber so super krank geworden. Und ich war ja auch noch schwanger. Ich habe so Notfallmedika mitbekommen und keine Ahnung was. Aber ich konnte mich halt eigentlich gar nicht um mich selbst kümmern. Ich hatte hohes Fieber, eine Bronchitis. Dass Martin halt gesagt hat, okay, ich fahre jetzt für eine Nacht nach Hause und gucke, wie es Marlies geht. Und das hat super geklappt. Ja, und so würde ich das halt auch handhaben. Und so haben wir es auch bei der Kleinen dann gehandhabt, dass ich dann immer mal mit dabei gewesen bin. Dass ich aber auch immer geschaut habe, hey, ich gehe jetzt mal weg, ich gehe jetzt mal spazieren. Ein bisschen wie bei einer Kita-Eingewöhnung, wo man dann immer mit da ist, sich langsam entfernt. Mal in einen anderen Raum gehen. In einen anderen Raum, bin ich spazieren gegangen, habe mir das angeguckt, das eine Mal. Und dann, als das Kind dann alleine da sein sollte, war ich, glaube ich, erst mal noch einen Tag mit da. Und dann den nächsten Tag oder am Abend bin ich dann gegangen. Und habe aber immer mal die Male davor immer schon geguckt, dass ich die machen lasse, dass ich nicht die ganze Zeit da bin. Und so kann man die Kinder halt super dran gewöhnen, dass sie sich dann wohlfühlen, indem man halt so den Abstand weiter vergrößert. Und dann können die Kinder halt mal auch eine Nacht alleine bei den Großeltern sein, wenn die sich wohlfühlen. Und man muss dann immer mit dabei sein und schauen, wie es dem Kind geht natürlich. Was man halt auch immer ausprobieren kann, ist einfach das Kind selber auch dort übernachten. Aber die Verantwortung trägt halt einen Großeltern teil. Das zum Beispiel, ich wüsste halt auch, dass wir unsere Kinder easy bei meinen Eltern lassen könnten, weil meine Mama halt auch schon einfach nachts die Kleine genommen hat, wenn ich zum Beispiel krank war oder so. Und einfach, der Große sowieso, der hat auch schon ein paar Mal bei ihr geschlafen. Aber ich weiß halt, dass die, oder auch die Kleine, so mein Papa hat die auch schon ins Bett gebracht, sodass das halt funktioniert so. Und dass sie damit kein Problem haben. Das könnt ihr halt auch ausprobieren, wenn ihr selbst noch vor Ort seid. Weil dann merkt ihr ja auch, ob das Kind jetzt stundenlang schreit und sich nicht beruhigen lässt. Dann könntet ihr auch einfach wieder hingehen. Es ist halt absolut keine gute Idee, das Kind dann einfach in so eine Situation zu begeben. Weil wenn sich das nicht wohl fühlt, dann ist das schwierig. Weil beim nächsten Mal wird es sich dann halt umso unwohler fühlen. Und dann muss man natürlich immer schauen, dass man nicht über die Grenzen des Kindes geht. Dass man schaut, hey, fühlen sich jetzt alle wohl damit? Und dann, genau, das dann so laufen lassen. Und was man auch dazu sagen muss am Anfang, also am Anfang, als unser Sohn noch ein bisschen kleiner war und als vor allem die Kleine nicht mit dabei war. Weil seitdem die zu zweit sind, lieben die das immer bei Oma und Opa, also beide. Aber als er noch alleine war, gab es schon auch manchmal so Situationen, wo wir gesagt haben, heute fährst du zu Oma und Opa und bleibst eine Nacht oder zwei. Und er war dann so, nee, will ich nicht. Du bleibst da. Du bleibst da. So, und war auch ein bisschen traurig. Und ich muss sagen, ich finde, also das ist natürlich auch Ermessenssache, aber ich finde das manchmal auch ein bisschen übertrieben, wenn die Eltern dann sagen, okay, dann lassen wir es. Weil in der Kita würdest du halt auch nicht sagen, okay, dann lassen wir es. Sondern würdest du sagen, ja, ich weiß aber, dass du da gut aufgehoben bist. Du hast da eine gute Zeit. Deshalb gehst du da jetzt trotzdem hin, weil ich habe mir andere Pläne gemacht. Und ich muss sagen, natürlich Arbeit ist eine Verpflichtung. Aber ich finde halt auch die persönliche Erholung, die man vielleicht manchmal einfach am Wochenende hat oder die Einladung zu einem Geburtstag und so weiter, das ist genauso wichtig. Und das ist irgendwie auch eine Verpflichtung. Nämlich ich selber muss auch gucken, dass es mir gut geht. Das ist eine Verpflichtung meinem Kind gegenüber. Und wenn das bedeutet, ich brauche ein oder zwei Nächte Erholung und mein Kind geht zu den Großeltern, ist das halt auch wichtig. Und wenn ich weiß, mein Kind ist dort gut aufgehoben, mein Kind hat dort eine gute Zeit und wenn ich mein Kind abhole, ist das mega glücklich. Die haben eine gute Bindung und ich weiß, dass es halt gut dort abläuft. Weil das war halt immer so der Fall. Er war halt so, ich will nicht. Und hat dann auch manchmal ein bisschen geweint beim Abschied. Aber er hat sich super schnell beruhigen lassen. Er war super happy. Und wie gesagt, er geht halt auch jetzt immer noch super gerne dorthin und er liebt seine Großeltern über alles. So, deshalb, ich finde, das kann man noch dazu sagen, nur, dass das Kind traurig ist, ist kein unbedingtes Ausschlusskriterium. Natürlich sollte das Kind nicht panisch sein. Aber Traurigkeit ist in Ordnung. Ihr seid ja auch traurig, wenn ihr... Ich bin auch traurig, wenn ich mich von meinen Eltern verabschiede. So, obwohl ich erwachsen bin. Ja, das war bei uns dann immer so, dass wir dann gesagt haben, ja, du bleibst dann bei Oma und Opa. Dass das Kind dann gemeint hat, du bleibst aber auch da. Dann bin ich mit dem Kind dann hingefahren. Hab das halt so gemacht, wie ich gesagt habe. Hab die halt, hast du dir angeguckt, hab die machen lassen. Hab gesehen, okay, das Kind ist jetzt total happy. Dem geht es gerade richtig gut. Und dann ist halt die Hürde noch Verabschiedung. Dann ist das Kind vielleicht ein bisschen traurig. Aber wenn ich schon gemerkt habe, dem Kind geht es richtig gut. Ich bin nicht da, aber die haben Spaß und das fühlt sich wohl. Das fühlt sich keineswegs unwohl. Dann natürlich sind Verabschiedungen, kann auch mal traurig sein. Das ist ja auch bei der Kita. So, dann muss man das bei der Kita, muss man das ja auch irgendwie dann durchziehen, diese Verabschiedung. Also muss man, wie gesagt, man kann ja immer nach dem Traurigkeitsrat kommen. Kommt drauf an, wenn das Kind panisch ist, natürlich nicht. Aber natürlich, wenn das ein bisschen traurig ist, muss man diese Situation dann auch beenden. Weil wenn die Verabschiedung sich dann weiter und weiter zieht und dann einfach nicht gegangen wird, dann ist das Kind die ganze Zeit traurig und so. Dann bringt das auch nichts. Aber dann, wenn man das Kind dann da lässt, das abholt, merkt, das freut sich, dem geht es gut. Das macht einen guten Eindruck, macht einen glücklichen Eindruck. Hey, ist doch alles super. Und was du gesagt hast mit dem, es geht nicht nur darum, Verpflichtungen wahrzunehmen. Wir als Eltern, wir müssen ja, wir haben auch Bedürfnisse. Wir müssen auch leben, wir müssen uns auch erholen. Wir müssen auch mal vielleicht irgendwas machen, was ein Leben ausmacht. Vielleicht auch mal ins Kino gehen, ins Konzert, mit Freunden treffen. Natürlich ist das halt total privilegiert, wenn man das machen kann. Das können nicht alle machen, gerade Alleinerziehende, das ist schwierig. Aber hey, man muss schon versuchen, irgendwie für sich selbst auch weiterzuleben. Und da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. Damit es den Kindern gut geht. Man muss auch sagen, ey, wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut. Es bringt nichts, sich wie ein Märtyrer aufzuopfern und sich zu geißeln und sich durchzuschleppen. Die ganze Zeit über die eigenen Grenzen zu gehen, das wird nur dazu führen, dass wir einfach nicht gut zu unseren Kindern sind, weil wir unglücklich sind. Ja. Und dadurch haben wir einfach gar nichts gewonnen. Und deshalb, ihr müsst euch nicht egoistisch fühlen, weil ihr eure Kinder abgebt, um halt mal ins Bad zu gehen. Das ist evolutionär gesehen so gewollt. Die Kernfamilie macht evolutionär gesehen null Sinn, weil Babys so heftig bedürftig sind, dass ja eine Mutter allein schon das erste Jahr mehr oder weniger pausenlos damit beschäftigt ist, zu stillen. Das wäre ja total sinnlos, wenn sie dann auch noch für alles andere verantwortlich gewesen wäre. Es ist nicht so gewollt. Und eigentlich ist es so gewollt, dass auch eine Gemeinschaft an Menschen Kinder großzieht. Und auch wenn man jetzt so guckt, so diese, also allein schon, dadurch, dass wir halt keine Mehrgenerationenhäuser mehr haben oder man auch nicht mehr in diesem Dorf aufwächst, hat man ja auch viel weniger Berührungspunkte dazu, wie Kinder generell sind. Und das führt auch dazu, dass Eltern sich immer mehr Druck machen, weil sie halt vielleicht auch ein falsches Bild davon haben, weil wir alle, oder zumindest ging es mir so, ich hatte mein Bild von Kindern aus den Medien. Jetzt haben wir letztens eine Serie geguckt, The Fosters, da ist ein dreijähriges Kind, spielt ein, da wird ein dreijähriges Kind irgendwie dargestellt oder zweijährig oder so. Das wird von einem sechsjährigen Kind gespielt. Jetzt weiß ich das, weil ich weiß, wie Zweijährige aussehen. Meine Tochter ist auch zwei und mein Sohn ist vier. Ich kann also ungeschwärd einschätzen, wie alt dieses Kind ist, was das spielt. Früher wusste ich das nicht. Ich dachte, ein zweijähriges Kind würde so aussehen. Woher soll ich es denn wissen? Und das ist halt auch voll das Problem. Und deshalb meine ich halt immer, eure Eltern haben schon auch ein bisschen recht wahrscheinlich, weil die, also die wissen halt, wie es ist. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, die waren bei euch zum ersten Mal Eltern. Also da hatten die wahrscheinlich genauso wenig Planen wie ihr. Und jetzt sind die Großeltern, jetzt haben die mehr Planen, die haben mehr Lebenserfahrung. Die werden das auch bei den Enkelkindern nicht so machen, wie sie es bei euch gemacht haben. Also ziemlich sicher nicht. Weil die auch diesen gesellschaftlichen Druck gar nicht haben. Das ist ja noch was, was mit dazu kommt. Und wie oft machen wir Eltern irgendwas, weil wir denken, das muss man so machen. Ja, ja voll. Ich glaube auch, dass Großeltern, also großelterliche Erziehung wahrscheinlich nicht genau gleich sein wird, wie die elterliche Erziehung. Ganz sicher nicht. Und wie du gesagt hast, so Kernfamilie ist evolutionär nicht vorgesehen. Und da hatte ich mal in einem Buch gelesen, das fand ich ganz einleuchtend, dass eine Mutter mit einem Säugling ist ja noch dafür zuständig, dann sich und den Säugling zu ernähren. Und wenn wir jetzt mal sehen, in so einem Jäger- und Sammlerstamm, dann ist die Mutter gar nicht in der Lage, genug Kalorien zusammenzutragen, um sich und den Säugling zu ernähren. Das heißt, es müssen sich zwangsläufig noch andere Menschen einbringen. Und jetzt wieder Jäger und Sammler gedacht, auch der Vater ist nicht in der Lage, genug Kalorien irgendwie einzutreiben, um jetzt das Kind und die Mutter zu ernähren. Da muss halt der ganze Stamm irgendwie schauen, die ganze Gemeinschaft, dass genug Essen auch zusammengesammelt wird und dass sich genug gekümmert wird, dass das Mutter und das Kind durchgebracht wird. Und das ist halt so evolutionär schon kein Projekt für zwei Menschen. Und generell ist ja auch so, dass in so einem Stamm halt auch die Alten als sehr weise betrachtet wurden, was ja auch einfach immer noch so ist. Also ich weiß auch nicht. Lebenserfahrung kann man einfach nicht unbedingt ersetzen durch theoretisches Wissen. Guck mal, wir haben so viele Fehler schon bei unserem ersten Kind gemacht, die wir beim zweiten nicht wiederholen. Selbst wenn eure Eltern bei euch Fehler gemacht haben, die wissen das im Nachhinein, dass sie einen Fehler gemacht haben. In der Regel, auch wenn sie so tun, als ob sie es nicht wüssten, man weiß es, glaube ich, immer tief im Herzen, die werden diesen Fehler wahrscheinlich nicht wiederholen. Aber ja, es kommt natürlich darauf an, wie psychisch gesund die Eltern sind. Und auch, aber halt psychisch halbwegs gesunde Eltern würden das vielleicht nicht nochmal so machen. Und die sind ja auch generell nicht so gestresst wie bei euch, weil das ist ja auch so ein Punkt, der da noch mit dazu kommt. Wenn man Eltern ist, dann halt, also bei Großeltern, die haben ja diese ganze Verantwortung nicht so sehr wie die Eltern. Außer die sind jetzt auch 24-7 da, aber dann müsste es ja generell auch entspannter sein. Ja, dann ist es ja eh geteilt so, ja. Ja, was ich ein kleiner Funfact finde, auch am Rande, dass nicht nur die Mutter fürs Stillen ihres eigenen Säuglings zu verantwortlich war, sondern dass sie sich auch das geteilt haben im Stamm. Finde ich wichtig, haben die Leute auch richtig, richtig lange gemacht. Ich glaube, bis Rousseau irgendwie über die Mutter geredet hat und wie schlimm es ist, wenn man Ammen benutzt und so weiter. Aber es gibt ja auch so viele Mütter, die auch Stillprobleme haben und auch nicht mit Milch haben. Dieses ganze Clusterfeeding zum Beispiel, ja, du unterbrichst mich hier, das ist nämlich genau der Punkt, den ich machen möchte. Dieses ganze Clusterfeeding, das ist so heftig beansprucht. Und das Clusterfeeding bedeutet, dass man mehrere Stunden am Stück seinen Säugling stillt. Und das ist einfach so hart, es ist so, so, so hart. Und Müttern wird eingeredet, ja, aber du darfst auf keinen Fall eine Flasche geben, weil das gehört eben mit dazu, das ist normal. Und früher haben die Menschen das auch so gemacht und das ist halt so gewollt und bla, bla, bla. Nein, Bullshit. Also das kann ich nicht anders sagen, aber es ist wirklich Bullshit, weil früher hätte man das auch nicht so durchgezogen. Dann hätte halt die Schwester nochmal gestillt oder die andere Schwangere und die wechseln sich halt dann einfach ab. Und ja, ihr könnt eine Flasche geben, so wollte ich einfach nur mal sagen. Wenn ihr Clusterfeeding habt und ihr habt keinen Bock mehr, dann ihr könnt auch mal zwischendrin eine Flasche geben. Da wird euch kein Zacken aus der Krone brechen. Ich finde, man muss immer abwägen, so, was ist jetzt schädlicher? Ist es jetzt schädlicher, ein Flaschen zu geben oder ist es jetzt schädlicher, eine vollkommen überforderte, gestresste Mutter zu haben, die halt schon Gewaltfantasien gegenüber dem Kind ausbrütet? Oder abhaut oder sich selbst umbringen möchte oder keine Ahnung was. Ja, das klingt jetzt als sehr extrem. Ich glaube, dass es vielen so geht. Alter, ich habe die ersten drei Monate, die ich gestillt habe, habe ich beim jeden Stillen vor Schmerzen durchgeheult. Ich habe mich manchmal an dir so festgekrallt. Weißt du das noch, weil ich so Schmerzen hatte? Weil unser Kind hatte ein verkürztes Zungenmännchen und niemand hat es gesehen. Niemand hat es rausgefunden. Und das hat erst aufgehört mit den Schmerzen, als der Mund groß genug war und das Kind irgendwie besser saugen konnte. Keine Ahnung was. Aber das sind halt so Dinge, ihr müsst das nicht durchziehen. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht stille, dann kriegt mein Kind so viele Krankheiten und Allergien und keine Ahnung was. Ich habe mich da so durchgebissen. Das hat mich so kaputt gemacht. So, ihr müsst das nicht. Beim zweiten Kind war das so erleichternd irgendwie. Wir haben tatsächlich am Anfang nicht zugefüttert, aber es war immer so, dass wir Prämilch da hatten. Und ich meinte, wenn ich nicht mehr kann, geben wir diesem Kind einfach eine Flasche. Das ist mir völlig egal. Ich werde mich nicht nochmal so aufreiben. Und das ist die bessere Einstellung. Ihr müsst ja nicht abstillen. Nur weil ihr einmal eine Flasche gebt, heißt das nicht, dass ihr abstillt. Die Milchbildung, die passt sich ja an. Und das ist halt, das verstehe ich halt auch immer nicht, warum dann gesagt wird, ja, wenn ihr dann Flasche gebt, dann kommt eure Milch nicht mehr. Nee, ihr müsst ja dann einfach nur mehr anlegen, dann kommt die Milch ja auch wieder. Ihr dürft halt nur nicht komplett aufhören zu stillen, logischerweise, außer ihr wollt abstillen. Aber abstillen ist ja auch nicht so leicht, wenn man dann wieder abstillen möchte, dann gibt es Abstill-Tabletten und keine Ahnung. Also es wird ja immer so getan, als ob man so, oh, Milch weg. Nee, so funktioniert das auch nicht. Ich finde, dass es bei der Elternschaft halt ganz oft, sollte man diese Abwägungen im Kopf haben, was ist schädlicher für mein Kind, das was jetzt nicht, ist es jetzt schädlicher, dass das Kind 20 Minuten fern sieht, oder ist es schädlicher, dass die Eltern vollkommen überlastet sind und nicht mehr in der Lage sind, gewaltlos oder liebevoll auf das Kind einzugehen. Habt das im Kopf. Immer. Ist es schädlicher, dass meine Mama sagt zu meinem Kind, ja, der Weihnachtsmann kommt nicht zu dir oder dass ich komplett überlastet bin und mein Kind anbrülle und bedrohe, obwohl ich es eigentlich besser wüsste. Also ist es quasi schädlicher, dass meine Mama das mit der Intention macht, mein Kind irgendwie zu formen und das zwar nicht ideal ist, aber jetzt auch nicht besonders beängstigend oder ich es mit dem, oh, ich weiß ja alles besser, Habitus mache, ich bin komplett gewaltfrei, aber es dann nicht schaffe, weil ich zu gestresst bin. Genau. Ja. Gute Schlussworte für die Folge, würde ich sagen. Ach so, und was ich auch noch wichtig finde zu sagen, da haben wir nämlich gerade in der Pause drüber gesprochen, man kann Dinge sehr gewaltvoll sagen, obwohl es gewaltfreie Kommunikation ist. Also nur, weil ihr immer ruhig bleibt, heißt es nicht, dass ihr unbedingt die besseren Menschen seid. Man kann Aggressionen auch getarnt ausleben. Ja. Genau. Okay. Cool. Vielen Dank, dass ihr hört. Nee, ach, ich wollte mich nicht bedanken dafür. Du hast immer gesagt, nein, bedank dich nicht. Aber schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen und vielleicht hilft es irgendjemandem. Falls dem so ist, dann teilt gerne den Podcast, gebt fünf Sterne Bewertungen und unterstützt uns gerne. Das fänden wir cool. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.